In diesem Video zur Instrumentenkunde geht es um die elektrische Gitarre. Erste E-Gitarren wurden um 1920 hergestellt. Nur so konnte sich die Gitarre im Jazz gegen Schlagzeug und Bläser durchsetzen. Die E-Gitarre spielt in der Rock- und Popmusik eine wichtige Rolle. Wird die E-Gitarre als Rhythmusgitarre eingesetzt, dann ist sie für Akkorde und rhythmische Begleitung zuständig. Eine Liedgitarre spielt Melodien und Soli. Auch für den Bass wird oft die elektrisch verstärkte Form verwendet. Die sechs Seiten sind auf die Töne E, A, D, G, H und nochmals E gestimmt. Es gibt verschiedene Sätze, die dabei helfen, sich diese Buchstaben zu merken. Ein Anfänger der Gitarre hat Eifer. Eine alte Dame geht heute einkaufen. Die ersten Buchstaben entsprechen jeweils den Saiten der Gitarre. Mit Verkürzung der Saiten durch Druck mit den Fingern der linken Hand können mit der Gitarre alle Halbtöne gespielt werden. Die Saiten einer E-Gitarre sind recht dünn und bestehen aus Stahl. Die Stimmwirbel und Bünde der elektrischen Gitarre unterscheiden sich kaum von der akustischen Version. Der Korpus einer E-Gitarre ist nicht hohl, weil kein Resonanzkörper benötigt wird. Dafür hat eine E-Gitarre mehrere Tonabnehmer. Sie werden auch Pick-Ups genannt. Außerdem gibt es Schalter, mit denen die Lautstärke geregelt werden kann. Die Schwingung der Saiten einer E-Gitarre beeinflusst ein Magnetfeld, wodurch eine geringe Spannung entsteht. Diese Spannung wird vom Verstärker an den Lautsprecher übertragen. Der Ton wird aber nicht nur verstärkt, es können auch Effekte wie Verzerrung des Tones, Hall oder Echo erzeugt werden. Es gibt auch akustische Gitarren mit eingebautem Mikrofon. Das sind normale akustische Gitarren, bei denen das Mikrofon den Klang an einen Lautsprecher weiterleitet und so die Lautstärke erhöht. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020